Mein Dad ist da! Mein Dad ist da! Doch, Papa, du musst. Ich hab das jetzt versprochen, dass du hier reinkommst. Oh, hier, bitte. Hallo. Oh, hallo. Oh, warte, ich seh's noch nicht, ich seh's noch nicht. Dankeschön. Oh, nein, nein, ich hab... Ist er schon gegangen? Nein, er muss... Er ist schon gegangen. Ich hab ihn sehr lange nicht mehr gesehen. Sag, Papa, komm doch mal her. Viel Spaß. Halt mal. Er will kurz mit dir reden. Sag mal Hallo. Hallo. Sag mal Hallo, hier. Soll ich Hallo sagen? Hallo. Wie sie dir alle Hallo sagen im Chat. Du musst ihm die Kopfhörer geben. Jawohl. Sag mal. Hallo. Hallo, Vater von Ylaha. Wie hast du? Es ist schön, wie sie das macht, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Wir wollen uns auch noch mal bedanken für das 40 Meter LAN-Kabel, das sie verlegt haben. Genau, Stück für Stück. Das ist gut. Und ohne sie wäre jetzt hier kein Stream gerade am Start, weil dann hätte sie das mal gemacht. Das ist krass. Ich würde jetzt so lange dauern, weil er lässt sich nie wieder los. Weil jetzt einmal mit dir muss es bis 6 Uhr in der Früh mit ihm springen. Bis 6 Uhr in der Früh. Ne, ne, ne. So viel Zeit habe ich nicht. Also dann. Viel Spaß euch. Oh, jetzt schon gehen. So schnell geht das bei mir. Oh. Oh nein. Nein. Du hast es nicht geschafft zu stallen, oder? Nein, weil ich auch... Ich hatte nie gewusst, wann genau der Delay vorbei ist und so. Das war schwierig ein bisschen. Oh, Mann. Essen. Oha. Essen für mich. Ich muss sagen, dein Vater ist schon cool. Dankeschön. Ich habe meinen Dad jetzt schon echt ein paar Tage nicht mehr gesehen. Deswegen... Aber meine Mama ist anscheinend nicht mitgekommen. Ich würde damit pac sterren. Dass wir... Menschen... Korrekt...